Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island, die Special Edition. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich tun muss, außer ich muss Fechten lernen, irgendwas klauen und einen Schatz finden. Geh mir mal hier lang, vielleicht findet mir hier irgendwas. So. Lichter. Insel. Und wir sind da. Da ist das Dorf. Gehen wir mal da hin. Vielleicht findet mir da irgendwas Interessantes. So, da ist auch was Interessantes, nämlich Zirkusleutchen. Doch, wie süß. Ich bin in der Kanon, aber die Gunpowder macht mich schmerzen. Well, ich kann das. Ich habe meine Hand, Taming the Lion, letzte Woche. Ich glaube, das kleine Schatz kommt mit meiner chronischen Allergie. Du bist in der Kanon. Du hast keine Allergien, du Faker. Du bist in der Kanon. Nein, du bist in der Kanon. Nein, du bist in der Kanon. Ich bin in der Kanon. Loser. Rappian. Fop. Weasel. Weevil. Miscreant. Todi. Nerdawell. Schuffler. Ahem. Say there son, how do you like the chance? A once in a lifetime chance. To perform an amazing feat. A death-defying feat. Well, not so death-defying, really. Dangerous feat. No, not dangerous at all. An easy feat. But exciting. With the amazing. Adventurous. Acrobatic. And exceedingly well-known. Fabulous. Flying. Ferrucini brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple, really. See that cannon over there? All you have to do Is a get in the cannon. And we shoot you out of it. Across the room. Quite safe actually. So, what do you say? So, wie viel zahlt die denn? How much will you pay me? How about 478 pieces of aid? Zahlt das zu suchen? Okay. Sounds good. Have you got a helmet? Uh... 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 No, I don't have a helmet. Will I need one? No helmet? Oh, you've got to have a helmet. Can't do the cannon trick without a helmet. No, siree. Go get a helmet and then we can do the trick. Okay. Such dir einen Helm. Ah, ja. Dann suchen wir uns mal einen Helm. Irgendwas in der Stadt wirst du schon als Helm verwenden können. Mal, let's say anything special about it. Die Stadt, das Stadt war... Das ist das, das ist das Dorf, oder? Ja, ich finde hier jetzt hier noch nicht allzu viel Interessantes. Gehen wir mal weiter hier lang. Einfach weiter weiter laufen. Gehen wir mal weiter laufen. Hier lang. Ah, okay. Können wir hier irgendwas machen? Ist hier noch irgendwas? Gehe zu Betrüger von Melee. Nein, ich habe einen Frissen, der Name ist Dominik. Ich habe ein Schwerpunkt, der Lege des Loss Trezern von Melee. Ein nur eine Existenz. Richtig, sehr Richtig. Ein nur 100 Stück von 8. Nein, danke. Ich habe nicht genug Geld. Na dann, schau auf, Junge. Es ist schlecht für Business. Hey, nicht mit meinem Rat. Wieso, es ist nichts Besonderes daran? Oh, andere. Die sind jetzt an dem Kitten. Ich liebe ihn. Okay, das ist ja fantastisch, das ist schwer zu glauben. Niemals bricht das an ein paar dumme Affen fertig, aha. Ich dachte, es waren Rats. Ihr kennt die hier irgendwie... Sag mal, seid ihr Piraten? Was ist in dem Fass? Warum steht ihr hier rum? Blablabla, schlippeln dann... Was ist in der Kette? Rum. Jam. Jam. Rum. Rum und Jam. Es ist ein altes Piraten-Favorite. Jeder kennt das. Ich bin wirklich interessiert in dieser Piraten-Sache. Was will's sein? Was will's? Was will's? Wie kamt ihr hier auf der Straße aufsettet, in Autobahn, nicht auf dem Tier? Wo solltest du nicht? Was ist die Linie, smartens, was so cool ist? belgenden Stoffen? Also versuchen wir hier zu, einem gewenden Tipps in der Stadt zu sprach. Es sind jetzt nicht nur unnatürlichen Piraten in der Stadt. Wann jetzt mit dem Publikum gehen. Wir sind dort unterbricht ein, als Selbstbegründer. Hast du versucht, einen Versuchten zu einem kirchischen Behörigen. Geh zu Männern von zweifelhaften Moral-Piraten. Nö. Das war... Gehen wir zum Schild. Such dir mal eine Küche von Skam. Okay. Sorry, wenn ich ein bisschen schweige und mit Hilfsmitteln arbeiten muss, aber... Ich hab das, wie gesagt, noch nie gespielt und ich hab keinen blassen Schimmer von den Ganzen. Da macht es mir das hier ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt hier so einfach so reingehe. Oh, die tippt. Die tippt ich noch nicht so. Hinter seine Musik. Hm. Hey, you can't come back here. Hey, you can't come back here. Hm. Oh, man. Dann warten wir mal eben hier, bis er rauskommt wieder. Ja, komm schon. Komm schon. Könnte überhaupt jemand aus der Küche wieder rauskommt? Ah, jetzt so. Hey, don't go into the kitchen. Wieso? Ich soll mir irgendwas suchen? Ich soll mich nicht nehmen, oder? Mm-hmm. I think that bird will peck my hand off. Mmm. It's boiling hot. It's some sort of meat, or meat-like substance. Someone cooked a head cheese in this. Hmm. This astra-intop? Ja, was... Wie soll ich den... Hm. I think that bird will peck my hand off. Ja, mein Gott. Dann greif doch trotzdem hin. Das ist also schlimm. Hier kann ich nichts machen. Someone cooked a head cheese in this. Ja, nimm doch einfach hier einen Topf. Ah! Wenn ich hier hingehe, was kann ich da machen? Gib, öffne, schließe, rede mit, untersuchen, schiebe, ziehe, benutze. Ah, ja. Geht doch mal wieder raus. So. Wir haben jetzt den Topf, den wir als Hem nutzen können. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Dann können wir nämlich Kohle verdienen, wenn wir uns wegschießen lassen. So. Wird ja langsam. Dauert nur ein bisschen länger bei mir, aber es wird langsam. So. Zirkus. Bin ich mal gespannt. Gib, du, 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 du. Gehen wir halt wieder rein. So. Das war's. Meis kreient. Hallo. Sie sind bereit für die Kanon-Trick? Sie haben einen Helm. Natürlich habe ich einen Helm. Was für ein Kind wie ein Idiot du mir bist? Ich weiß es. Wir wollen es sicher. Wir wollen sicher sein. Dass es安全 ist. Ich würde dich nicht schuldigen. Wie mache ich das jetzt so? Hä? Äh... Ah, das will work as a helmet! Now, we can do the trick! Step right over here, son! Now, put on your helmet and get in the cannon and we'll take care of the rest! Okay. Okay. Echo! Echo! Birds! It works! Oh, I'm so relieved! Leben wir noch? Hey! Are you okay? Was? Ich bin Bobby. Bist du meine Mutter? Wo ist mein Helm? Where's my helmet? Is all right! Hooray! We are spared an embarrassing and financially debilitating lawsuit! Here is your money, sir. Just a recompense for aiding us. The basic theory is fine. We just need to change the aim a bit. I'll try it next! No, I'll do it next! Now me! Now me! Slacker! Loser! Ruffian! Fop! Wir haben jetzt auf jeden Fall die Kohle! Und können uns... Yay! Und können uns die Karte leisten! Yay! Äh... Da kommt mir ein vergammelter Pirat. Ja. Wir können ja nur nicht grad viel machen. Wir können ja nicht kämpfen. So. Jetzt könnten wir uns ja, glaube ich, die Karte kaufen, oder? Wenn ich nochmal herausfinde, wie das funktionieren soll. So. Noch einmal von vorne. Wo? Excuse me, but du... Now it's only you again. Come back for the map to the legendary lost treasure of Melee Islander. I hope you brought enough money this time. I'll take it. It'll make a swell gift. So. There you go. You made a wise decision. Now get lost. So. Wie sollen jetzt also verloren gehen? Äh... Untersuchen. I think I've been here. This is no map. It looks like... Dancing lessons. Zurück zwei, drei, vier. Links zwei, drei, vier. Mach den Affentanz, okay. Ah, rechts zwei, drei, vier. Zurück zwei, drei, vier. Okay. Okay. Excuse me, but du... Now it's only you again. I told you there was only one in existence. Now get lost. Hm. Okay, mumma... here. So. Here we go. That is... No. Ah, yeah. Also irgendwo müssen wir Tanzschritte anscheinend machen. Ich weiß halt noch nicht wo. Okay, das ist das mit den Hunden. Da haben wir das Problem, dass wir jetzt noch nichts haben, womit wir diese Hunde zum Schlafen bringen können. Reden wir mit ihm da. Du musst mich hier raus! Ich bin ein Begriff der Gesellschaft! Nicht zu nennen Halitose. Hey, es ist schwer, mein Brot mintig frisch zu halten, wenn es hier nichts zu essen gibt, sondern Rats. Lecker. Okay, da sind Nachrichten. Die kann ich mir noch nicht angucken. Hätte ja sein können. So. Da ist einer rum, ich weiß nicht mehr, aber da ist einer rum. Und ich glaube, hier möchte ich wieder raus. Hier komme ich wieder raus. Ich will raus hier. Ich suche einen Schwerdmeister von Melee Island. Ah. Ich suche den Schwerdmeister von Melee Island. Der Schwerdmeister von Melee Island? Hm. Ich weiß nicht. Sieht, niemand weiß die woher von ihr secreten Husten. Niemand außer mir. Ich muss sie fragen, ob es ist okay, dass sie den Weg zeigen. Hm. Hm. Ich glaube, ich könnte da überall raus. Einmal. Ich bin gleich zurück. Und nichts zu tun! Ja. Komm, wir untersuchen mal das hier. Ringbell für Service. Ringbell für Service. Und nichts zu lohnen. Es geht nichts zu Größern. Ich stege von der Karte ein paar Sekunden und ein paar Idioter ist schon dringend von diesem Belfisch ring. Die Schwerdmeister weiß man, wie gesagt, du wirst in die Wasser, was du? Was wollen Sie? Moment. Ich könnte wirklich eine Breathminte netheral. Irgendetwegen. Ähm, das, meine Lieben, werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Und ich hoffe, bis heute und dahin hat es euch gefallen, auch wenn ich nicht viel geredet habe, weil ich einfach noch so konzentriert in das Spiel bin. Aber das wird schon irgendwie werden. Also, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!